So, willkommen zu meinem Unboxing von der Pyrolager.de Bestellung. Jemand hat für mich vom Pyrolager was mitgebracht und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich greife einfach mal rein und hole was raus. Ah, die Thunder Smokes. Ja. Und jede Menge krasse Sachen auf jeden Fall. Ach, hier erstmal so eine Fifi-Pfeifraketen. Aber jetzt geht es gleich richtig los. Und zwar die Vortex-Saluts von Funke. Ach, hier die Pyro-Drohne. Wollen wir mal zum Testen. Jetzt habe ich sie wahrscheinlich doppelt. Und jetzt kommen auch schon die Salute-Raketen mit Silber-Kräckling-Aufstieg. Jawoll. Mega. Und nochmal was. Die Salute-Raketen mit Silber-Schweif-Aufstieg. Auch von Funke natürlich. Hier sind drei krasse kubische Kanonschläge-Raketen. Naja. Kann man ja mal testen. Dann habe ich hier mal so eine Bella-Bomber. Was ist... Bengal, Bella, keine Ahnung was es ist. Blackbox. Ja, und hier... Schreckschrauben. Ah, das waren irgendwelche großen Teile wie Moskitos. Was ähnliches. Und dann Meteor-Schlag. Und nochmal was. Ach, hier, 700er Lady-Cracker. Okay. Und noch eine Sache. Ach, hier, die zweite Vortex-Salute. Und jetzt kommen wir auch schon zur eigentlich krassesten Sache. Und zwar die TSR-Torbo-Salute-Rakete von WECO. Und das ist die Gesamtübersicht. Und dann tschüss, bis zum nächsten Video.